Tag der offenen Tür im Emder Seemannsheim mit Gondelfahrt und Blick einmal über Emden, den Emderhafen, das Volkswagen-Berg, Borkumkheim, die Helling der Nordsee-Welke, unter uns die Nessalander Schleuse, sowohl das Rheiderland als auch die Niederlande sind zu sehen, und wie man erkennen kann, es ist Ebbe. Untertitelung des ZDF, 2020 und jetzt geht es relativ schnell wieder runter, kleiner Fahrstuhleffekt, und mit dem Blick auf Emden verabschieden wir uns.